So, was kommt von mir denn hin? So, was kommt von mir denn hin? Schön. Ich brauch mehr Glauben. Brauchst mehr Glauben. Die Leute müssen wieder an dich glauben. Oder an jemand anderen. Wie auch immer. Den Halbgott. Den Gottkönig. Was brauchen Sie bei mir denn hin? Ist irgendwie total behindert im Kopf oder so? Der ist behindert, ja. Guck, was denn geworden ist von mir, oder? Der macht gar nichts. Der ist auch total am Arsch, den könnten wir uns krallen. Das Problem ist, wenn wir uns den Krallen haben, wir den Herzog Wolf direkt an der Fresse mit 28.000 Gold. Und das Schwein mit 20.000 Gold. Die werden sich so schnell hochziehen. Deswegen sollten wir erstmal eine Verteidigung aufbauen. Brauch du mal, ob ich Armbotsschütze und ich fang mal an Schwertkämpfer zu produzieren. Ihr seid der drittgrößte Herrscher. So, brauchen wir eine Waffenkamera. Wenn ich noch irgendwo Platz hätte. Wenn ich noch irgendwo Platz hätte. Wir benötigen Holz. Ja, wir brauchen Holz. Klappe zu, Affe tot. Klappe auf, Affe nicht. So. Das sollte erstmal reichen. Ich würde oben wieder dicht machen. Wie? Ich würde oben bei dir wieder dicht machen. Ach. Wie, wo? Warum sollte ich? Weil du da nichts hast, um dich zu verteidigen. Wenn der einmal mit dem Fackelträger durchläuft, hast du nicht mal einen Bogen, der dich da rettet. Dann zündet der deine Bäckereien an und dann... Dann bricht ihm die Beine. Dann bricht alles weg, dann brennt alles weg. Das ist so schön aneinander gebaut bei dir. Dann... Einmal... Ich zeig das mit der Maus. Einmal komplett hier so eine Bäckereien hoch, dann so einen schönen Käse rein. Na, leck mich mal! Ich baue halt ordentlich. Jetzt finde ich du. Guck mal dein Lager an, ey. Ja. Das ist total unordentlich, ne? Irgendwelche Bettler haben das aufgebaut. Guck das doch mal an. Ein Mauer befindet sich auf dem Weg. Irgendwelche Bettler... Mein Lager... Vergleich... Sein Lager. Hm. Du Penner hast doch zum meisten Grünfläche. Du kannst es auch leisten, so viel zu bauen. Du wolltest, dass ich da hingehe, damit ich den ganzen Angriff abkriege. Genau. Du hast dafür oben Pech. Du hast ne sichere Position. Du hast jede Menge Steine, möchte ich mal anmerken. Ich hab dir gerade Eier als du. Ich hab nen längeren Penis. Ja, ganz dünn lang hast du. Ja, so. Umfang eines Strohhalms. Ja, so ungefähr. 3 Meter lang. Aber auch die Dicke eines Strohhalms, ne? Äh, er muss es ja wissen. Na, so sieht doch aus. Esel! Manny! Hm, greifen die an? Ja, irgendjemand greift irgendjemand an. Das heißt nicht, dass zwangsläufig dass die angriffen werden, aber... Boah, doch, jetzt prügeln die sich. Das Schwein will das Kopfgeld für Saladin. Die 10... 10 Penunzen. Ja, das will ich mir. Jetzt guck dir mein Streitmacht an. Schön. Ich werde den Tanzbären umbringen. Yay! Es werden Waffen benutzen. Tanzbären, das ist so grausam. Eine der grausamsten Tiefquälereien im Mittelalter, ey. Aber Tiefquälerei gab's ja nicht nur. Da wurden auch Frauen gequält, äh... Und Menschen. Andere Menschen. Und kleine Lenny's. Andere Menschen. Wieso Menschen? Oh Gott, ich red mich hier um Kopf und Kragen. Und... Allein schon, da wurden Menschen gequält und Frauen, weißt du. Das ist schon so ne Aussage. Eine Nachricht vom Schwein. War jetzt falsch ausgedrückt. Frauen sind natürlich auch Menschen. Genauso viel wie ein männliches Wesen. Vielleicht sogar mehr, wer weiß das schon. Wieder klargestellt. Ähm. Ne, ich hab das sogar noch durchzupuschen. Wer den Tanzbären befreit, der wird das gesamte Gegnerschlager zerstören. Der dreht dann durch, der ist dann in dem Rage-Modus. Ja so, der geht dann, Rage. Dann reißt er die ganzen Mauern ein. Mit der bloßen Pranke. So riesige Türme. Befreit den Tanzbären! Peter! Das Peter-Kommando! Und jetzt schnell wieder raus! Free Willy, spring! Nein. Weil der Speziale in einer Tat gesiegt. Jetzt ziehen wir uns ganz langsam wieder zurück. Das ist die Taskforce hier. Ja, das tat ich mir auch besonders weh. Vor allem, weil so ein Tanzbär 50 kostet. Was, nur? Ich glaub, wir brauchen jetzt auch ein Tanzbär. Wo find ich denn den? Nette Gebäude, glaub ich. Ja. Es gibt nette und es gibt böse Gebäude. Nette Gebäude ist zum Beispiel ein Tanzbär. Grabsteine, Statuen. Bist du behinderlich in Tanzbären gefunden? Man ist überall fahren hier. Zwei Tanzbären! Yeah! Du weißt, dass das deine Wertungen dann aufgeht, ne? Dann sind die Leute netter drauf, aber sind dafür untätiger. Die arbeiten dann weniger. Brauchst du Geld? Wer hat was im Tanzbär gesagt? Nö, hab genug. Oh, ich will auch sagen, dass ich genug hab. Und wie verleistest du? Äh, gleich 11.000. Boah, Stück Scheiße. Ich hab nicht genügend Güter, sonst läuft die Wirtschaft wieder. Tut mir leid. Nächstes Mal spielt Schleppkopf. Kriegst du denn so viel Geld? Du verkaufst mir schon dein gesamtes Essen, oder? Nein! Wie kommst du da drauf? Das nutzt sich von selbst ab. Das muss ich wieder aufhören, weißt du? Na, ich schick dir doch oft Brote, wenn du welche brauchst. Dann fragst du mich, schick dir mal welches. Immer so. Aber du hast ja auch genug. Ja, ich schick mal ganz viel Brote. Ganz viel, so viel wie du kannst. So viel wie ich kann, ist nicht viel, Moment. Aber ich kann dir eben. Trotz ist super, wenn ich mal so sagen darf. Ich schau mir später das Video an, dann weiß ich. Die werden über Zahlen! Ähm, gib mir 5 Minuten, ja dann, ähm, dann lass ich dir Nahrung zukommen. Wir kennen sie jetzt alle um einen scheiß Bauernhof hier streiten, leck mich am Arsch. Werden überfallen? Ja, na ja. Kein Holz. Ich fick ihn uns. Wir machen ganz liebe, ganz viel Popoliebe mit uns. So. Wenn wir Saladin töten, dann wird's schwierig. Der Wolf macht sogar noch mehr Geld. Das Schwein hingegen wird ärmer. Der Wolf wirtschaftet richtig. Wir müssen Saladin schnell töten. Ansonsten verbrauchen die ihre Soldaten nicht und kaufen nicht nach. Euer Gnaden? Ja, mein Freund? Persönliche Leibwache. Kann man Saladin platt machen, ja? Ja, ich bin dabei. Ich könnte 12 Schwertkämpfer und 23 arabische Schwertkämpfer schicken. Beritte nach acht Stück könnte ich losschicken. So per Hand und das wär's eigentlich auch schon. Ich schick meine ganzen Ambroschütze los, passt. Nein! Die lässt du auf den Mauern. Jetzt produzierst du neue. Die brauchen wir alle. Wenn Saladin fällt, gehen die nicht mehr auf Saladin los, sondern auf uns. Geh ich von aus. Und dann kommen die mit Belagen und... Na wen denn sonst? Wir sind in einem Team. Ja eben. Dann kommen sie oben durch deinen kleinen Durchgang. Die buddeln nie zu. Der IST zugewuddelt! Ne, der ist aufgeschüttet. Hey auf! Nein! Er wird dann aufgeschüttet. Wir sind bereit! Weißt du was? Leck mich am Arsch! Lieber nicht. Aber dann... Keine Steine mehr! Toll! Verkauf ich mir immer eine Steine? Danke für das nette Angebot! Vielleicht komm ich ja mal drauf zurück! Mh... Sag dir Bescheid. Falls. So. Nanananananananananana... Nutten und Blackjack! Leben wir hier. Ja Leute, liebe Zuschauer! Außer Björn, der vermutlich der einzige Zuschauer ist. Äh... Nachher. Nutten und Blackjack! Wer hat dieses Zitat gebracht? Dann baue ich mir halt meinen eigenen Mond mit Nutten und Blackjack! Vergnügungspark. Ja Vergnügungspark. Stimmt. Ne Themenpark sagt er glaube ich. Ja stimmt. Wir werden überfallen! Ne die werden freigelassen wenn die Gegner kommen. Nein die kannst du freilassen. Achso und die? Na los! Ich weiß nicht ob du das an oder ausgestellt hast. Kann man ein oder ausstellen. Warte mal. Ne kannst du nicht freilassen. Normalerweise kannst du dann lass die Hunde los und dann töten die alles im Umkreis. Auch die eigenen Leute. Alles wird aufgefressen. Ne! Ne du machst das bei mir. Dann... Setz dich doch so 10.000 bei dir rein und töte dich und deine Wirtschaft. Habe ich schon mal gemacht. Habe ich schon mal mit Maddin gemacht. Ich hab Maddin ähm... Habe ich überall... Habe ich überall... Apropos Martin! Ja. Ich hab ihm überall Pech hingelegt und hab ich das angezündet. Und brannte bei ihm alles. Mann, dann er heilt sich ein Hund wieder weg. Ähm... Das ist Maddin mit Schimmel-Wir gemacht bei Schlachter Mittlernte 2. Da gibt's doch bei Isengard diese Bomben. Und die hat er... Zehn Stücke in mein Lager reingepackt. Ich war kurz AFK. Komm wieder. Mal jetzt Lager das weg. Ja, 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 der Martin. Geliebt und verehrt von allen. Und angeschissen von allen. Wie ist denn so mindstanding? Reich und verehrt ist Homo für Sport. Mhm. Ich würd mich ja noch Ali Pommdön nennen, aber so heißt mein Naptop-Account. Wie? Ali Pommdön. Mir ist nicht bereit. Aha. Interessant. Mein Name ist sowieso viel cooler als da noch. Boah, Saladin brennt aus. Angry Pirate. Uiuiuiui. Ähm. Boah, die kommen rein bei ihm. Boah, der Wolf fickt ihn jetzt. Jetzt wird Saladin gefickt vom Wolf. Komm, wir rennen dem schon mit ein paar Sachen rein. Dann klauen wir uns den. Den Kill-Klauen? So wie bei, äh... Ja? Wie bei League of Legends. Wir stehlen den jetzt einfach. Als wär der irgendein episches Monster. Ich erinnere nochmal an League of Legends. Barron, gib ihm. Ich klauen den jetzt, ne, eiskalt. Der kommt... Am Arsch kommt der da rein. Der ist doch schon drin. Voll nicht. Oh, der läuft zu uns weiter. Rückzug, Männer! Der pickt da noch ein bisschen an Wände rum. Er kommt zu uns. Ja, das ist mir noch ein Latte. Ja, dann rück' aus. Ja, dann rück' aus. Bester Spruch immer noch, ist immer noch. Ganz Wurst. Boah, die graben den Bukram zu. Die Herrsche, schieß doch die Jungs, die den Bukram zuheben. Schnell! Weh mit deinen Armbruchsschützen immer die vordersten aus. Wir werden überfallen nach unten, ja? Das sind Arschlöcher, ey. Steinigt sie! Was brennt? Okay, bei ihm. So, dann rück' mir vor, würde ich sagen. Wenn du mir ein paar Sekunden gibst, komm' ich auch noch nach. Kannst ja schon mal vorgehen, du hast ja eh die Armbrust vorhaut. Der Typ ist drin! Wenn du mal Leertaste drückst, dann siehst du, dass ein Pekingier schon direkt vor seinen Häusern steht. Die gehen richtig schnell kaputt. Das Feuer muss nur aufhören zu brennen, dann können wir rein. Nein! Du wirst unter Beschuss genommen, ja? Ich schütz mich jetzt, ich schütz die Bäume vor den Pfeilen. Ich muss mal eben was verkaufen. Du brauchst Nahrung, ne? Wie viel? Jo, wär gut! Eine Nachricht vom Schwein. Lauf weg, schwachsinniger Nerf! Nicht zu dir, Mama, am Schrein. Wenn wär's mir auch egal. Der Pekingier von Wolf, der läuft da alleine durch die ganze Stadt und reißt seine Mauern ein. Oh, guck mal was bei deinem Tor steht, da geh ich nicht ran. Ja, ich geh da auch nicht ran. Ich bleib hier hinten stehen. Du machst das mit deinen Armbrustschützen. Oh, schlitzschwein, du siehst das, meine. Guck dir die ganzen Schweine an, da geh ich doch nicht rein. Streitkolbenkämpfer, ey. Bin ich behindert? Er brennt außerdem gerade aus. Saladin brennt Lichterloh, wie ein Weihnachtsfeuer, wie ein Osterfeuer. Erst die Arme, dann die Beine. Jetzt kommt das Schwein. Das Schwein halte ich auf. Da fliegen wieder Kühe! Da fliegen Kühe! Wir werden überfordert! Wir werden belagert! Äh, wo fliegen die Bomben? Wer schmeißt einen Stein nach uns? Äh, ich weiß es nicht, ne Mangel ist die Überlautschaft. Ja, die Mangel da. Das Katapult. Schieß auf das Katapult mit deiner Armbrustschützen. Naja, das wird doch schon gut gemacht, das Ding. Nein, wird es nicht. Wird es nicht. Guck's doch mal an. Nein, wird es nicht. Ah, da ist ein Katapult! Direkt hinter der Mangel, ich hätte gar nicht gesehen. Jetzt ist er dran. Wir folgen euch, Herr, wir kriegen glaube ich 500 Gold. Man kriegt immer eine Mindestanzahl an Geld. Aber die teilen wir auf, wenn du willst. Ich habe es nicht nötig, die kannst du auch haben. Na, ich brauche noch ein bisschen über 10k. Maulai. Bis zu sehr. Wir stehen zu Dienst. Greift an, Brüder! War mir wieder vor Leid. Seit mir drüben eine Klinge. Hä? Mach nur Spaß, Mann. Oh, du hässliche Stück Kacke. Geh doch mal weg da. Einer für alle. Er hat verloren. Aber da waren ja noch zwei Anden der Röhre. Oh, deine Fackelmänner retten das auch nicht. Ist er tot? Er sucht sich die tot. Eine Nachricht vom Schwein. Ich mache Hackfleisch aus euch. 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 Ich mache Döner aus euch. Ich mache Döner aus euch. Ich mache Döner aus euch. Richtig in der Schlacht. Doch seid ihr ausgerecht? Dieses Mal werde ich euch besiegen. Mal gucken. Er gibt mich meiner Gnade. Was mache ich mit ihm? Vorwärts, Mäler! Grabständung! Schieß sie ab! Hör mir mal ab! Sorry. Ich wollte das Grabständen. Tut mir leid. Wir sind bereit. Es werden Waffen benötigt, Zaya. Europäer und Sarazin vereint hier. Seite an Seite. Sieht zu geil aus. Brauchst du noch Nahrung nehmen, ne? Hast genug. Hm, zur Zeit nicht, ne. Ich soll mal zurückgehen. Wieso geht das bei dir so weg, so schnell? Check das nicht. Hm? Hab doch! 1115 Jätze. Ja, Jätze. Nachdem ich dir 1000 geschickt habe, insgesamt. Ich habe jetzt zweimal 500 geschickt gerade. Ich habe keine Ahnung, meine Leute arbeiten, da war nicht so. Die haben einfach keinen Bock, die gucken sich lieber Tanzbären an. Nee, ich habe keine Tanzbären mit, der ist sofort verkauft, oder? Gucken sich die Kampfhunde in den Zwingern. Oh, ist der nicht süß. Finger weg. Haps! Haps! Was wünscht ihr? Jetzt kriegen wir Karl Arsch gegen uns. Wir müssen jetzt gleich das Schwein schnell niederringen, ansonsten wird das auch noch heftig. Das Schwein niederringen. Ja, ist so. Den Wolf kriegen wir nicht schnell, da brauchen wir schon eine Stunde für, bestimmt, um den kaputt zu kriegen. Aber das Schwein, das kann man schnell kaputt machen. Gucken wir uns mal deine Fische. Oh, ich kriege Hunger, ich habe nur Bier im Kühlschrank, das ist nicht schlimm. Das ist doch geil. Ja, ja, schön, um 2 Uhr mittags. Ja, schön, das Bier gleich in den Schlund. Na, nee. Geht nicht richtig. Nein, ich muss noch Auto fahren, ich wollte mir noch was zu essen kaufen. Oder bleibe ich heute zu Hause. Könnte ich auch machen. Ich bleibe heute zu Hause, ich hole mir mal eben Bier. Oh, schön. Geht's noch, oh, schön. Oh, voll die Kacke, ich habe nur noch 6 Bier hier im Haus. Dann komme ich doch niemals über den ganzen Tag. Nicht, dass ich ein Alki wäre, aber ich brauche schon was zu trinken. Und Wasser habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Ich lebe gern ungesund. Machen wir den Willi mal auf. Mit den 10. Komm, komm. Geht doch. Ach ja, Leute. Hast du den Zahn abgebrochen? Nee, aber ich kann das tatsächlich. Schade. Da ist schon wieder kein Holz mehr, ey. Es geht weg wie was? Wie ich was? Wie Holz. Ja, genau. Brauchst du Holz? Nee, ich kaufe gerade schon mal ein Flaschen. Okay, dann schicke ich dir nicht meine 300, die ich lieber habe. Schick! Nö, es ist zu spät. Du wolltest nicht. Gut, dann nicht. Es ist genau wie deine WoW-Antworten immer. Ja, dann gehe ich WoW spielen. Ja, und? Wenn man Jön einmal, oder Floppy, wenn man Jön einmal irgendwie alleine lässt. Gleich, ja, ich gehe WoW spielen. Ja, wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, dann gehe ich WoW spielen. Das ist so die natürliche Reaktion von ihm. Bevor ich da sinnlos rumsitze, ey. Spiele ich lieber Sinnloses. Ja. Das ist so. Natürlich. So. Es werden Waffen genötigt. Es kommen Leute zu mir. Ey, der schießt ein Katapult auf dich. Das ist schon immer. Wo denn? Ich schicke meine Striche mal vor. Ja, ich auch. Ich schicke deine Striche vor. Wir laufen in 3er-4er-Trupps. Du bist dran, du Hure. Das ist auch deine Taskforce, oder wie? Meine Delta-Taskforce ist das. Blöde. Steine. Blöde. Ich bin Steine gewappnet. So macht man das. Oldschool. Ähm. Meine Taskforce geht wieder zurück. Heia. Lass doch mal ein paar Dings da hinstellen. Ein paar Stelf-Leute, die töten deine Zett. Die werden irgendwann entdeckt und weggeschossen. Kannst du aber gerne versuchen. Ich rutsche meine Taskforce auf. Neue Mitglieder. Oh, wie verrecken sie, ey. Ihr seid der zweitgrößte Herrscher. Yeah, ich bin die Nummer 2 schon im Game. Ich bin der Dritte, verdammt. Mit mehr Soldaten als ich, aber weniger Geld. Der Wolf hat mittlerweile fast 50.000 Gold. Sag ich, in der letzten Runde, wie viel ein Trupp hatte der 5.000? In der letzten Runde hatte der Wolf 4.000 Mann. 4.500 Mann. Wir sind bereit. Dann haben wir gerade so irgendwie kaputt gerufen bekommen. So. Irgendwie, genau. Hmm. Ich hatte auch 3.000 Mann, aber gut. Das ist eine andere Geschichte. 2.999 davon war ein Bogenschitz. Ja. Meine Mange macht auch nichts, oder? Du hast eine Mange? Ja, über meinen Ballistenturm. Nö, die macht nichts. Lass sie doch einfach ganz stumpf auf das Schwein schießen. So. Die ganze Zeit Sprengfeuer auf das Schwein. Hat die was zu tun. So weit. Ja, auf die Eisenmine vom Schwein. Wir werden überfallen. Ach da. Die baut er nämlich immer wieder auf. Kostet ihm immer wieder was. Boah, das war aber ein schöner Treffer. Ja, ich weiß. Das war aber ein schöner Treffer. Viel Wasser getrunken heute, oder was? Ganz viel. Aber pass auf, ich treffe die ganze Zeit gar nicht. Und wenn da irgendwann mal ein Arbeiter hinkommt, kriegt er einen Stein in den Kopf. Wird Zeit, dass wir mal hier einen Gegenangriff machen, ne? Wir sind bereit. Es werden... Ey, ich hab noch nicht genug Armbustschützen. Brauchen wir nicht. Es werden Rekruten benötigt. Ein paar schon, aber brauchen eigentlich Belagung. Klar brauchen wir die, wir brauchen so viele wie es geht. Für das Schwein brauchen wir eigentlich gar nichts. Da brauchen wir ein paar Armbustschützen, die in das Feuer einstecken. Und, ähm... Ansonsten Schwertkämpfer. Das haben wir eigentlich schon so weit. Klar, so weit. Und 10 Millionen Armbustschützen. Wir sind bereit. Ich glaube, ich baue noch... Ich glaube, ich wäre ein Hupen. Dann hätte ich nichts zu tun. Nein. Ich glaube, ich baue, ähm... Wir werden überfallen! Ich bin voll komisch drauf gerade. Ähm... Betrunken! Bin ich betrunken! Betrunken bin ich... Lalalala! Dann werde ich lauter auf einmal. Ne. Hab ich auch schon aufgenommen, öfter. Und Let's Play sogar. Ähm, aber... Ähm... Ne. Ne. So, Leon, ich bin mein Marskar. Während sie ja meine Sachen weiter produzieren. Wie immer, wie immer, wie immer. Ja, na und? So, wollen wir mal ein paar... Jetzt, wo er weg ist, ein paar Adressen sagen. Wo wohnt Björn denn? So. Also, ich nenne zuerst die Ortschaft, die Straße, dann die Nummer, dann die Erreichbarkeit, sein Aussehen, seine Familienmitglieder. So, einmal mitschreiben. Listen and repeat. So, ich nenne mich nicht, wenn ich noch nicht betrunken bin. Wo brauchen wir denn hier noch Platz? Eine Nachricht vom Schwein. Bald? Erkönig, der Saga! Wollte ich mal anmerken. Wir sind bereit. Es werden Rekruten benötigt sein. Oh, oh. Ooooooh Bitte KID! Wir werden da hin! Oh oh! Oh oh! Balliste! Bereit, wir geben unser Bestes! Ey Lin, der Eisklotz taut schon! Schön! Wir werden mit Kühen beschmissen, wenn man will, das ist so göttlich! Wir werden mit Kühen beschmissen! Er schießt sie! Sie kommen zu nah! Ah, der Programm wird ausgehoben, NEIN! Zugeschüttet Es geht doch nicht weiter, wir brauchen ein paar Bogenschützen Na klar, Armbrustschützen sind viel cooler Aber Armbrustschützen haben immer so'n cool da und die müssen erstmal laden und jetzt halten sich die schon an den Mauern die Pisser Von mir aus brauch ich jetzt noch Bogenschützen Ich brauch welche Guck dir meine Sachen mal an, ich würde die ganze Zeit mal aufbögen und Armbruster Bin zur Stelle, es werden Rekruten benötigt seier Es war nicht soviel wie jemand anderer, aber... Bin zur Stelle, es werden Rekruten benötigt seier Es werden Rekruten benötigt seier Es werden Rekruten genötigt seier Bin zur Stelle, es werden Rekruten... Kleine Lennys werden genötigt Es werden Rekruten benötigt seier Bin zur Stelle, es werden Rekruten, eine Nachricht vom Wolf Bald werde dir sehen, was Krieg wirklich bedeutet. Ach ja, du? Hans Wurst ist Esel fast klapp. Du bockklappeknall. Ja, haben wir es denn mal wieder? Tut mir leid, hab grad Lust zu. Das nehmen wir denn heute mal. Schau dir doch an, wie sie fallen! Esel! Bin zur Stelle! Wieso hab ich auf einmal ne Lanze bekommen? Ja, ich war ja auch aus irgendeinem Grund. Also, ich weiß ja nicht, was du unter Lanze verstehst. Wenn du jetzt in deiner Hose hast, dann hab ich sie nicht, aber... Ach so, du hast keine Lanze in deiner Hose, alles klar. Nee, ich hab nur ein Tenis. Ja, Streitkolben in der Hose. Ziemlich Stachling. Ja, ich dürste, du bist noch Rache. Wir werden schon wieder belagert, alle zwei. Der nervt mit seinen Belagerungswaffen, der alte Hundesohn. Ja. Kannst du mich hier mal gegen den Weg stellen, so'n bisschen? Hammer! Immer muss ich es richten dir. Ich würd... Entweder... Was wär das denn? Das Schwein oder den Wolf? Ein Schweinkorn, nämlich scheiße dran. Ich krieg schon wieder ne Lanze! Warum krieg ich Lanzenträger? Bin zur Stelle! Hab ich irgendwo Lanzen? Ich hab Lanzen produziert. Nein, ich hab in dem falschen Gebäude gebaut. Scheiße. Boah! Deswegen krieg ich auf einmal Lanzen? Wir sind bereit, es werden Waffen benötigt sein! Bin zur Stelle! Das Leben macht wieder einen Sinn! Ich krieg schon wieder Lanzen! Ich krieg schon wieder Lanzen! Es werden Rekruten benötigt sein! Können wir uns zählen! Will ich aber gar nicht! Es werden Rekruten benötigt sein! Es werden Rekruten benötigt sein! Eine Nachricht vom Wolf! Kannst du mir reicht irgendwer diese Pestbeule vom Hals schaffen? Na ja, musst du einen Tag warten, dann bist du tot! Dann ist sie weg, die Pestbeule! Das ist ganz einfach! So! Produzierst du bitte Schwerle? Ja, danke! Schwerter bitte! Bin zur Stelle! In Bewegung! Äh, Belagerungswaffen mache ich oder du? Belagerungsgeräte vermannt! Hm, Trivok! Trivok! Rücken aus! Das wird wieder teuer für mich! Für dich? Ich kann dir Geld schicken, wenn du möchtest, wenn du brauchst! Naja, hab genug! Du solltest nicht meckern! Yay, die Schweinekrieger! Guck mal, jetzt kriegen die schon Pfeile ab, das behindert zieht, dann sind deine Armbrüste nachgeladen und dann sind die tot! Ist doch perfekt! Ei! Wir sind bereit! Eine Nachricht vom Schwein! Ich mache denn ja doch so! Klappe, knappe! So! Die Welt ist eine Scheibe und wir legen sie gerade auf! So ein schön symmetrischer Burgraben war das, ne? Von Philipp! Man hätte den Wolf aber an die vorderste Stelle stecken sollen und nicht Philipp! Dann wäre Philipp jetzt noch da! Und der Wolf auch! So ist der Wolf jetzt die Todesmaschine hier! Der wirtschaftet sich kaputt! Er hat das meiste Geld, die meisten Soldaten müssen... ...